Allerdings niemand mehr zu Wort gemeldet, Debatte geschlossen. Abstimmung über den Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 1192 der Beilagen. Wer stimmt diesem Gesetzentwurf zu? Da gebe ich bitte ein Zeichen. Das ist die Mehrheit. Dritte Lesung, bitte Ihnen Damen und Herren, die auch in dritter Lesung zustimmen, um ein Zeichen. Das ist wiederum die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Pock, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Reformierung des Kraftfahrbeirates bzw. des Beirates des Verkehrssicherheitsfonds. Wer stimmt dem zu? Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Entschließungsantrag der Abgeordneten Steinbichler, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Erhöhung der Sicherheit bei Mopeds durch größere Rückstrahler, sowie das verpflichtende Tragen von Signalwesten mit Reflektoren. Wer stimmt dem zu? Das ist die Minderheit. Somit abgelehnt.